Spannende Musik Ok Ich töte hier niemanden Naja ist umso besser ne? Für die sonst können wir abwarten ne? Ich habe noch keine Waffe Hier ist ne Waffe Wo? Ja zurück, hier ist ne Waffe hier ist die nicht aber ich kann die nicht hallo so was auch pauli du bist gerade ja auch okay es geht um eine million euro hallo an pass auf nils a b laura c ich d fabian e las und f judith mal angenommen wer ist der böse ich okay gut danke dann das war es auch schon ich telefon durch das kreis so ihr habt es gehört also ich bin der böse man hat mich auch den boogie mann java töten ich komm wenn jetzt schon wieder so eine scheiße sagen ähm was ist hier passiert ravian nils die jahre was 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 wie beschwadest was ist passiert ich bin der boogie man Lass mich rumspuken. Lass mich rumspuken. Der Böse. Übertreib mal nicht. Pauli hat's gesagt. Übertreib nicht gleich! Hey Judith, guckst du mir gerade zu? Du kannst ja eh nicht antworten, aber guck mir mal zu. Ich hab ein kleines Versteck gefunden. Das ist wie im Keller. The fuck? Ich hab viel Spaß. Ey, ich wusste es sogar. Pauli hat's doch gesagt. Scheiße, die Granate. Wobei, ich hätte im Moment länger warten müssen. Dann hätte ich's gewusst, ob's Nikolai ist, weil ich's nämlich alleine mit ihm war. Er hätte locker geschossen. Das würde ich ihm zutrauen. Aber ich hab den Fahrstuhl zu früh zugemacht. Von daher kann es jetzt immer noch Java oder er sein. Es ist Java. Fabian. Er schießt mit ner Tweeterwaffe auf mich. Hä? Was zur Hölle? Der hat grad ne Bombe gelegt. Er hat ne Bombe gelegt. Viking, lass mich nachladen. Lass mich nachladen! 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 Ich bin da hinten zu sein! Ich check das nicht! Wie kommt der da immer hin? Du weißt, du hast das Gerät. Du drückst Knopf, machen so, machen so. Du bist unten. Das Gerät. Welchen Gerät? Jetzt hab ich Hunger. Gerät, du weißt. Und in der Besenkammer. Komm zu mir. Es gibt hier einen Fahrstuhl. Ich sehe hier tatsächlich einen Fahrstuhl. Ich sehe hier nur Traitor-Räume. Achso, alles klar. Gut zu wissen, dass nur du die Traitor-Räume siehst und nicht hier. Das ist sehr gut. Hier ist so ein Fahrstuhl. Meinst du den hier? Den kann man so anfordern. Dann will ich den aber auch nicht anfordern. Oh nein, sie ist runtergefallen. Also. Check das nicht. Wie rufe ich den Fahrstuhl? Den How to. How to Siri. Bitte rufen sie den Fahrstuhl. Siri! Wie? Wow! Ich hab nur die krasse Bedrohung einmal gefahren. Fahrer? Hallo? Ah Gott! Der Nikolai fahrt auch die Fahrstuhl. Das mach ich aber auch nicht mal gerne. Was? Schieß doch nicht schon wieder hier in meiner Nähe. Gebt mir ab! Das Luft in der Erleuchtung. Ey! Okay. Judith, Judith. Ich will mal die Löcher ausprobieren. Ich hab Judith erschossen. Judith, nur mal uns auszuklären. Es ist dumm mit einer Traitor-Waffe in der Hand rumzurennen. Sorry. Ich hatte dieses Messer in der Hand, was man sich als Traitor holen kann. Und sie hat sich nicht gewehrt. Das finde ich aber schön. Also, ich mein... Das war schon witzig. Übrigens hab ich jetzt das Messer, ne? Keine Sorge, ich bin kein Traitor. Ich hab sie erschossen. Nein. Aber ich hab jetzt ne Traitor-Waffe, verdammt nochmal. Gut. Was ist das für ein Messer? Das ist ein Messer, wo du von hinten einen, glaub ich... Wie gemein! ...erstechen kannst. Ja! What the fuck? What happened? Warum lässt du mich... Tabian! Tabian! Geh in den Schnitt! Komm, das ist witzig, oder? Hey! Hey! Ich seh auch schon so'n krasser Hardcore-Assassin. Hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf damit! Du hast mich einfach angeschossen! Du hast mich einfach angeschossen, obwohl ich hier nur wieder Assassin... Jo, ich stehst du denn vor der Tür! Ja, warum denn nicht? Ich bin Assassin! Ich bin jetzt auch! Shit! Ich hab auch Granate reingeworfen! Niemand weiß, was passiert! Ist aber auf! Darkwing Duck! Hör mal! Hör mal! Das war ein Unfall! Hör mal! Hör mal! Ich... Der Aufbruchstück! Hör mal! Hör mal! Nils, ich töte... Ich töte Nikolaj, okay? Der hat... Der hat Mark getan gebracht. Darf ich? Lebst du noch, Nils? Nils wird nicht mehr! Nikolaj, wir müssen's verbünden, oder? Nein, oder doch nicht! Oh, oh, oh! Trau mir, wir trau mir, wir trau mir! Ich guck mal raus, weiter! Ich öffne die Tür! Ich bin auch da! Okay, dann... Scheiße, Scheiße, Hilfe! Diese Scheiß-Schildkröten! What the fuck? Aha! Okay, dann... Dann muss... Ja, Lars muss es sein. Nein! Ich bin hier runtergegangen mit dem Fahrstuhl! Ja, wenn der bei dir Trailer-Grenade sind und den anderen Trailer hatte ich von Anfang an, dann musste der Trailer bei dir sein und... Wo bist du? What the fuck? Ich renne hier im Kreis, weil ich nicht mehr weiß, wo der... Wo der Fahrstuhl ist. Ich sag's dir, ich sag's dir... Wo? Okay. Okay. Oh. Ey Lars, wie hast du das Ding jetzt hingekriegt? Für einmal mit diesem Fahrstuhl runterfahren! Unschuldig! Detective! Detective! Laura, wo bist du? Da! Da! Eine Jungfrau! Geh weg! Ja, war man! Ich hab MG! Hey, war ne Tür! Geh wieder auf! Die Tür war auf! Nein, 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 nein! Nein! Nico, du bist mit mir! Das sollte eine alleine Erfahrung werden! Wer fährt schon mit dem Fahrstuhl runter? Eine falsche Bewegung... Oh, Fabian schießt auf mich! Oh! Zufrieden! Wer ist Fabian? Wer ist Fabian? Bei mir leckt gerade alles! Irgendwer fließt oben! Laura, Laura! Da sind Nils und äh... Lebt noch wer? Es geht nicht weg! Laura? Ja? Gut, bleib da! Naja, bleib dich schon an! Naja, bleib dich schon an! Ich möchte dich vor mir sehen! Ja, ja, ich bin vor dir! Ey, wer läuft hier? Nils! Geht! Laura, wir gehen einmal in diesen Raum hier in die Besenkammer. Das ist nämlich eine Frage... Nein! So! Nein, nein! Ich wollte nur sagen, dass es wieder rein geht! Wow! Niko, 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 Niko! Hä? Hat doch der Java gerade schon gesagt, dass es Niko Leib ist! Hä? Er hat gesagt... Er schießt auf mich! Warum wirst du deine Waffen weg? Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg! Ey, ich habe keine Waffe! Ja, ja! Ich habe keine Waffe! Ja, ja! Auf einmal holst du wieder irgendwas raus! Ich habe nur einen Sniper! Ey, Nils! Laura, ich habe keine Waffe in der Hand! Und hier liegt ein Körper! Ich gucke mal eben, wer das ist! Oh! War Rekai! War unschuldig! Ist glaube ich unnötig, den Detective zu rufen! Ich habe immer noch keine Waffe! Nils! Laura! Vorsicht! Ich hole mir eben meine Shotgun zurück! Wenn ich gleich tot bin, ist es Nils! Gar nicht mehr wo ich denn hier! Hm... Locker! Ich wollte gerade sagen, komischerweise sind die anderen alle tot! Weil sonst würden die ja irgendwas sagen! Ja! Wer noch wer! Also, ne? Ich will eine andere Waffe haben! Ich will die nicht! Laura! Wo bist du? Bist du noch hier? Weg! So! Doch da! Ja! Wollen wir Fahrstuhl fahren? Nein! Aber nein! Ich wollte gerade sagen, da traust du mir wieder nicht! Okay! Laura! Einer ist unten! Nils! Nils! Aber eigentlich hätte Nils uns abgeballert! Nils! Gehst du mal auf die Jagd nach Nikolai? Ja! Geh! Ich bezahle, Temir! Es gibt keinen Auftragsskiller hier! Nicht? Nee! Laura! Wir müssen aber Nikolai finden! Ich glaube, der ist Traitor! Das hat der Java ja auch schon gesagt! Laura! Wo bist du eigentlich schon wieder? Ja! Nils! Sehr gut! Geh! Hoppen dich! Das wird auch egal! Ja! Das ist wahre Kai! Hallo! Ey! So! Wie bearbeiten wir das jetzt am besten? Oh! Geh mal weg! Bitte! Ich hab die Waffe weggelegt! Könnten Sie bitte... Hallo! Entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie! Ich habe Angst! Oh nein! Oh, die sind ja! Genau! Ich hab' zum.. Das ist matériel! Das ist versprochen! Ich hab' versprochen! Ich hab' versprochen! Das ist auch schlecht! Wie mache ich nochmal den Chat damit sich dieses Erd... Also, Yama hat gerade diese Blabla-Bombe und hat den Lars in den Tod geriffen. Ich würde sagen, dass er wenigstens der Traitor war. Ja, natürlich, sonst hätte er das nicht machen können. Warum hast du um den Aufzug gedrückt? Wer, ich? Nein. Mit wem redest du denn überhaupt? Judith ist Traitor. Also, ich bin doch nicht mal an irgendeinem Scheißaufzug, ich bin draußen. Judith, das ist allein diese Antwort schon. Sonst sagt sie immer, ich bin unschuldig. Weißt du was, ich habe irgendwann aufgegeben, es überhaupt nicht wäre unschuldig. Ja, ich bin so gut für Traitor gelesen. Ähm, hier liegt, ach so, hier liegt der, aber ich dachte, hier wird irgendeine andere Leiche liegen. Ja, dein Kollege liegt da, ne? Was für Kollege? Der Rotter. Außerdem hatte ich gerade die Chance, die Laura umzubringen, hab das nicht gemacht. Nur mal kurz am Rande. Ja, und Laura? Ja, ich bin doch da. Sag ich ja. Da ist jemand. Hallo. Alter, wo? Was? Oh mein Gott. Hallo. Du gemeiner, du. Ihr habt mich festgepackt. Ich würde da unten nicht reingehen. Da ist nämlich jemand. Ja, da oben auch jemand. Was für eine Waffe hast du eigentlich in der Hand? Weißt du, okay. Kommst zu mir, meine Freunde, bei mir unten gibt's Griechisch-er-wein. Was ist mit euch eigentlich? Im Kindergutgelagert. Und schenk mir. Oh, wow, fuck. Ich bin doof. Hast du dich gerade... Hinter dir, das muss explodieren. Okay, ich vertraue dir jetzt. Traust du mir? Ja, beide. Die Reste uns wirst du jetzt. Oh, oh, no, 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 no. Judith ist... Judith ist... Sorry. Okay, Makita? Nicht da... Nicht da hingehen. Ich renne da gleich selber rein, weil ich nicht weiß, wo ich sie hingelegt habe. Sehr gut. So weiß sie. Oh mein Gott. Mann! Boah, was ein Lesben-Todes... Ernsthaft? Fight. Da war ich einmal wieder Detective, ne? Und muss ich über seinen Charaktiere-Einsatz machen? Was? Vielen Dank.